Sack, Junge! Hey, jetzt bin ich mit der Dreck irgendwie fressen. Hallo meine Mäuse, ich beginne heute ja nicht wirklich neues Projekt, das ist einfach nur eine Just for Fun-Aktion. Ein guter Freund von mir, mein bester Freund ist bei mir, Ewald, mit dem ich das Spiel keine Ahnung wie oft gespielt habe, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, wir sind Profis, sind eigentlich nur noch die letzten Loser, aber es macht halt tierisch Spaß. Ja, Ewald, das führt dich zu meiner Gegend. Ja, also, wie du meinen Namen schon erwähnt hast, sitze ich hier und spiele mit dir hier Mario Stryker. Stryker, komm auf den Punkt, oder? Ja, auf jeden Fall, ich bin heute hier, um dir eine Lektion zu verfassen, damit du endlich mal aufhörst hier mit deinen komischen Andeutungen, wenn ich mal mit dir telefoniere, oder was weiß ich. Ja, komm, Minuten oder Tore, wie willst du abgezogen werden, willst du Minuten, Beine oder Tore? Ich lasse dir die Wahl, du. Komm, mach mal neun Tore. Äh, Regeln haben wir großartig keine, außer dass man diesen B gedrückt halt nen Superschuss mit dem Hauptcharakter nur machen darf, wenn man mindestens vier Toren Rückstand ist, weil ich find's scheiße. Ähm, Charaktere hab ich noch keine Frage gestellt, da wir das auf der Wii U spielen und das auf der Wii U noch nicht großartig gespielt haben. Im Prinzip hier halt, warum bist du nicht dabei? Ich bin dabei, ich warte nur bis du ausredest uns, ich nehm den Klassiker Mario, ne? Das ist schon mal Luigi, da kommt mir so eine schöne mexikanische Musik, die den Herren immer in die Weißblut treibt. Ähm, ja das Team kann eigentlich fast so bleiben, außer sich hier den Tore nehmen, ne? Ich nehm, lass meins so, weil ich hab den Railway in meinem Team, ja. Und auch ganz wichtig, das letzte Tor muss ein normales Tor sein, also nicht mit irgendwelchen Spezialtricks übers Tor springen oder aufladen, das muss ein ganz normaler Pass-Tor quasi, ein Pass-Tor werden. So, wir nehmen die Piss-Station. Wo du das erste Mal von meinem goldenen Nektar getrunken hast. Ja, ich bin durch goldenen Nektar. Das Intro können wir uns jetzt ausnahmsweise mal angucken. Danach werde ich ja für die nächste Spiel, also es wird kein Projekt in dem Sinn, weil ich kann es nicht beenden. Das Intro ist im Grunde dasselbe, irgendeiner regt sich auf, dann kommt da irgendein mexikanischer Spinner, mit dem Dorschfall vom Himmel. Ja, bedroht ein bisschen, nein, geht so eigentlich los. Erstmal den Foul hier. Der hat den Foulen. Aber der kennt das Spiel schon. Der hat natürlich wieder seinen... Der hat die Riesen-Kartoffel. Der ist drin, Junge. Nix da. Nein! Da freut der Grieche, wollte ich schon sagen. Sag mal, wieso ist eigentlich... Du hast wieder so'n... So'n Riesen-Spacko hast du da wieder, ey. Ja Junge, der Kripper war so ein Riesen-Aufend. Ich hab 5 Bananen, du. Oh Junge. Der ist drin, Junge. Liegt gegen den Riesen. Nee. Der ist jetzt aber, komm. Der muss jetzt... Ey, total langsam von dem Foul getrocknen. Sag das mal nicht so früh, du. Lieber Spitz. Ah, komm. Toller Kiefer. Gut gemacht. Ja. 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 Ja, da will man einmal den Ball aufladen, also. Komm, komm jetzt. Nee. Nicht so. Ich hätt mir eben noch einen Knochen-Trockner reinmachen müssen. Komm jetzt aber. Jawoll. Wow, hat der Mann. So. Ausgleich hier. Ja. Ja komm drück weg, so schnell war er auch nicht. Nee, das musst du mir mal gönnen hier. Ja, schieß meinen Mann ab. Ja, mach ich doch. Seid froh, dass es kein Schießrichter gibt, ne? Ja. Ja, bei dem spielt Schießrichter. Fuck, Junge. Wenn du mit deinen faulen trickst, ne? Ja, Tor ist Tor. Loch ist Loch. Ja. Was war das für ein Wort? Hombe? Lombe? Was war das? Hombe? Oh, Junge. Ja, nimm den doch. Du Arsch. Ja, ey. Nein! Ich hab damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Der ist drin, der ist drin, der ist drin, zack. Ich hab das übrigens auch für GameCube das Spiel noch. Okay. Aber das ist, äh, ganz anders. Das hatte ich früher mal. Tja, was ist denn mit deinem Pilz da los? Der ist auch Pilzen. Ja. Ach, nein, nicht heute. Es ist doch nicht wahr. Das kann er nur faulen, ne? Voll, ja, das war kein Foul, Junge. Das war ein Kriegsschrei. Fuck, Junge, hast du das gesehen? Der U-Schuss des Untergangs. Ja, ja. So können die sich noch wehren, ne? Oh, Junge, voll in der Rückkehr. Ja, das ist schön. Na komm. Komm, 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 komm. Boah, Junge. Ja, du hast dich doch immer was von der Abreibung erzählt. Ja, ich, heute ist, ich muss irgendwie sagen, heute ist nicht mein Tag, ey. Heute ist nicht dein Tag. Dein Leben ist nicht dein Leben, ey. Ich hab, ich hab auch lange nicht mehr das hier gespielt, ne? Ich auch nicht. Ja. Das letzte Mal war, glaube ich, 95 in Vietnam mit dir, ne? Ich hab gerade so gesehen, Junge, die haben auf die Ecke geklatscht, oder? Bei Freunden schimten die Pics liegen gut. Ach, nö, komm, lass mal sein hier. Boah, Junge. Komm mit da hin. Sack, Junge. Ey, das war's mal, Alter. Boah, der hat so einen Ball in die Fressung, Gott. Komm, ey. Du hast keine Chance. Erzähl dich was von nicht deinem Tag, sag einfach den Satz, den ich hören will und es wird gut. Du bist scheiße, ne? Du bist scheiße, ne? Du bist scheiße, ne? Du bist scheiße, ne? Ja, den sag sag ich dir, ey. Sack, Junge, direkt den eingefrorenen Willi. Tolle Parade. Ach, neun Tore machen wir nur, dann darf ich dann noch ein geschiedetes Tor machen. Ja, komm, ist gut. Schönes passt, du. Das hab ich noch nie geschafft, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich gut sein sollen. Ich glaub, das ist einfach... Ich glaub, die haben sich da... Nix mehr gedacht. Genau, und wollten den einfach so ein... Ja, hol da. Ja. Ah, die schöne mexikanische Musik läuft trotzdem. Boah, Junge, ich hab'n Pilz auf Pilz. Ach, das war gar nicht. Ich kann keine Gegenstände einsetzen, ne? Fällt mir gerade eins. Das fällt dir aber früh ein. Da müssen wir gleich den Controller tauschen. So. Ja, ich hab' einen, stimmt, da ist der Zielknopf kaputt. Ja... Yeah. Fatality. Ey, was machst du hier? B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Der verletereen Kopf vor... ...begeisterung. Vor Scheiße. Oh, vor die Landminen. Zielsichere Landminen. ...ja, der blörende... Oh, er kam, er sah... Er kriegt den Ball in die Fresse. Boah, hast du was gesehen? Nee. Das ist gar nicht die Rede. So, Endspurt hier. Endspurt macht treiben. Jetzt bleibe ich da noch. Normale. Dams, Junge. Ja, ja. Gibt ihr mal jetzt einen anderen Controller? Wir haben ja noch eine zweite Runde, ne? Ja. Hier. Denkst du mir nach so eine Ikonülle? Ja, ein Rutsch. Ja, hör die Musik, Junge. Komm, hau die zweite Runde rein. Ich bin jetzt erst warm geworden, du. Ja, ja. So, Stryker. Ja, dein Mund offen, ja. Ja, Luigi führt. Das hat echt ein bisschen was, 1945-mäßig. So, das gleiche Intro. So. Er hat es doch nicht wahr. No! Krass, er schafft, er schafft. Nein! Komm, halt den! Ja, gut, Junge. Komm, die schreien danach. Junge, warte, wenn ich meinen Giganten aufgestellt habe. Komm noch näher, ey! Hehehehe. Normalerweise hätte der Torwart den eigentlich umknocken müssen. Ja, normalerweise. Er hatte Angst vor dem. Na. Der ist viermal so groß wie der. Nee! Ist doch nicht wahr. Du mit deinem Hammer da, ey. Der Rasenmeer kommt hinter dir. Alles geplant hier. Ja! Nee! Man hätte es ja probieren können. Ey, das sieht gut aus. Ich hab jetzt... naja. Ich hab auch keine Ahnung, was passiert ist. Ey! Nix, ey, Junge. Komm, Junge, ich warte, bis du deinen Giganten auf den Platz da rufst, ey. Ja, wartest du? Ja, ich warte. Ich hab gar keinen. Ja, ich warte bis dahin. Ich hab den Giganten wegen dir verbraucht. Was macht der zum Teufel? Ey, das ist Kano... Was macht der denn? Der kleine Pilzlutscher. Der halbe Champion, der da runter ist. Feuer! Feuer! Ich hasse Toad. Warum hab ich denn auch einen Team? Der kann springen. Ich hoffe, die Boots können auch dieses Team machen. Weil die sich so unsichtbar machen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Feuer! Komm, Junge! So, kannst du den Giganten machen, Junge? Willst du runterzählen oder so? 3, 2, 1, Junge! Nein! Es fliegt recht! Nein! Komm her! Die Kacke! Doch, nicht wahr! Yeah, yeah! Der kleine Teufel! Nee! Nee! Kleiner Teufel! Junge, ich werde dir verfolgt von so einem Riesen-Panzer! Fällt da gerade ein, wenn so ein Kupan-Chillkröten-Panzer abbekommt. Wer hat sich eigentlich gleich, als wenn man uns mit einem Menschen-Ampel wird? Eigentlich schon! Ja! Ey, es steht 3-1 für den! Ja, für den! Junge, du hörst aufs Publikum! Wir wollen halt so... Die De 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 De... Ich finde diese mexikanische Musik so, die sagt einem so einfach... Ja, Alter! ...die Liebe und Freundschaft. Puh! Mann! Ich krieg einfach kein Turm mehr hin! Ich hab dir gesagt, ich wollt das, warum du? Ja, jaa... Ich glaub, ich wollt galt! Pfff! Seht der mit Frauen auch oft nicht, dass die auf einmal galt werden! Fünf Bombe, Junge... Boah, Junge... ...haha! Nooo! Ja, ist doch nicht wahr, Junge! Wie die sich immer vor deinem Tor schmalzen! Zack, Junge! Der war ja! Der kleine Stümpel, Junge! Ah, bitte! Ey Junge! Ehrlich! Nur Vorteile hat's ja! Vorteil, Junge! Das ist ein riesen Luigi, Junge! Da gibt's nichts mit Vorteil! Komm, renn da hin, genau! Das war gefährlich, Junge! Hat er den Köpfer gesehen? Ja, ich hab den Köpfer gesehen! Der ist voll geflogen! Er hat mir den weg gefault! Alter, wo holst du eigentlich den Hammer her, ne? Auf seinem Arsch! Zack, Junge! 4-3! 4-4! Na, versuch's! Yeah, yeah! Dusche! Komm schon! Das vibriert! Willst du dich mal nachschauen? Ohhhh, das gibt's doch nicht! Das ist so, dass es das gibt, Junge! Der rieselt überall! Ey, wie... Boah, der hätte jetzt reingenommen! Ich hab meinen eigenen Tod nie noch getrunken! Boah, Junge, was ist das für ein Spiel, ey! Kann für den Gigantenjungen kommen! Komm, der sitzt aber... Ich hoffe, dass sich irgendein Amalytiker das Spielanfurt und Tipps geben kann! Ich hab' ja was ich hier manchmal mache! Der ist drin! Nee! Wusste ich! Das war... ...schgöttliche Vorahnung! Boah! Ey, was... der ist hier nur am Wegfaulen! Ja, du sagst doch selber, das ist ein Krieg hier, ey! Ja, das hat doch nichts mehr mit Krieg zu tun, Junge! Krieg ist Amal! Kampf der Götter, ey! Komm, der muss! Nee! Komm, lass mal heute! Der hätte zu drin sein müssen, war klar! Nein, du Hund, ey! Komm, der muss aber! Ich sag ihm einfach so'n Hammer in den Rücken! Sag ihm einfach so'n Hammer in den Rücken! Sag ihm das Tor! Ey, deine Leute nur immer im Weg hier! Jetzt kriegst du erstmal ne... Ey! So, letztes Tor! ... 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